Wie viele Kontinente hat die Welt? Acht. Bist du dir da sicher? Ja. Welche von den acht Kontinenten kennst du denn? Nordamerika. Ja. Australien. Bist du dir da sicher? Ne, schluss lieber weg. Afrika. Ist das kein Land? Oh. Oh. Oh, das ist ein Land. Ja, das ist ein Land, ja. Deutschland.